Musik 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 Ja, wo du hin möchtest, gehen wir dann hin Hm Also auf jeden Fall glaube ich Nicht darunter Da habe ich viel zu viel Schiss Ach, hier geht es doch nicht wirklich runter Aber hier, guck mal Hehehehe Oh, eine Spinne auch Okay Eisen Sieht doch schon mal ein bisschen gut aus Ja Ja, ich versuche jetzt einmal Mal, mal, mal Mal, mal Da am Weg rüber zu bauen Ein Zombie im Gesicht So Hm Hm Was hin? Achso, ja, du holst da oben die Kohle Das ist doch nochmal Eisen, ne? Mhm, ich Dann gehe ich mal hier unten abchecken Was hier noch so ist Ein Zombie Noch ein Zombie Kann sein, dass da ein paar Sachen runterfallen Wenn du so lieb wärst, die Sachen oft zu sammeln Nein Ich mach nur grad kurz ein Lämmchen hier rein Hier unten ist nämlich Lapislazuli und Eisen Und dann eigentlich nur ein großer Raum Mehr ist hier nicht So Guck mal da in die Wand rein Ist da eigentlich Wasser? In der Wand? Ja Ja, da würde so ein bisschen Beinchen rumhampeln Ja Ja, ne? Das sind so Blubelbläschen Ah, ja, ich weiß nicht warum Hm Steht hier irgendwo im Wasser? Genau Das ist aber die letzte Spur vom Wasser So, ich muss mir ganz kurz mal Fackeln machen Hm, Sarkasse Da wurde ich hergelaufen, meine Sarkasse Also nicht unbedingt folgen Oh Ich geh dann grad hier unten auf das Eisen und so weg Soll ich dir fragen, was da unten angeht? Also hier ist nur ein großer Raum Also, was heißt groß? Halt ein Raum ist hier Ja So fast rund Aber mir ist hier auch nicht Und hier sind noch da bis dazu Ah, wo? Welcher höher sind wir denn hier? 22 ist immer noch hoch für jemanden Ja, ist zwar möglich, die jemanden zu finden, aber Nein, wo die ist schon, ne? Wie bitte? Wo kann man sehen, wie hoch ist Und wie tief F3 Achso Der Y-Wert Der Y-Wert Der Y-Wert Der Y-Wert Der Y-Wert ist der Das? Ja Es wäre 16 Ich bin bei 16.000, kann man sagen Nein, 16,00 Nein, 16,00 Äh Du warst fertig, Bella? Ja Ja Okay, dann gehen wir wieder hoch Ja Oh, wie ruckelt das heute extrem Ja Genau Mhm Wo waren wir denn jetzt? Ja Ja Wir haben Dermatlus gefunden Yeah Noch einen Lieber Warte Noch einen Ich war gerade am sleepen Noch Zwei Wow Wo bist du denn hin? Kripa Oh, der Fall Ach, hier waren wir schon Hier waren wir noch Hier waren wir noch Wir haben fünf Zementen gefunden Fünf Stücken Fünf Stücken Ja Oh, oh Oh, oh Was denn? Hm? Oh, oh, weg hier Und da läuft er jetzt nicht lang Ja Oh, das war ich Das war ich Das war ich Ja, wir können hier wieder rausgehen Hier ist doof Entschuldigung So So Dann gehen wir jetzt in den anderen Gang rein Ja Oh, noch wieder ein Creeper Ui, sollen wir ins Wasser springen? Hm 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 Ich wollte mal warte gucken, was denn hier so abgeht Okay, warte ich tu was hin So 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 Ah, hier ist wieder Hm Und ein Creeper Achtung Oh, der hat sich erwischt Ja, und da oben ist ein Spinnensporner Das heißt, während du da abbaust Guck ich, dass hier keine Spinn Soll ich helfen? Beim Zerstören des Pornos Also noch kommen die hier nicht durch Ähm Womit kriegt man das Ding? Das Ding ist kaputt mit Spitzhacke, ne? Was? Achtung, das ist ein Creeper Was machen denn da? Hast du ihn kaputt gemacht? Der Creeper ist kaputt, ja Okay Oh, oh Was hin? Hier kommt die Spinn Uh Achtung Wie kriegt man denn mal die Spinnlexe kaputt? Schwert Womit Schwert? Boah, ich muss, ich muss Ich bin jetzt in die andere Richtung gelaufen Um mal ein bisschen da die Spinnweben wegzuräumen Ist ne Bauch Ist ne Bauch über Spinnen noch, oder nicht? Boah, lecko Fazi, eh Fazi, lecko, ey Du Fuzzi Leck Wo? Wo war es denn da? Hinter dir. Hier ist noch eine Spinne. Oh, der hat mich gerade hier runtergekickt. Wo? Einfach geradeaus durch. Warte, ich komme, ich habe hier noch Eisen gefunden. Kann ich da nicht stehen lassen. Ich kann mich doch nicht stehen lassen. Oh. Hm? Weißt du? Und hier geht es in den Riss. Wo, wo, wo? Wo bist denn du? Geradeaus. Siehst du mich irgendwo? So. Da, wo eben der... dein Skelett herkam. Oh, nein. Da bist du doch. Nein, nein, nein. Oh. Und jetzt ist das wieder weg. Warum? Power, 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 Power. Ich werde sie helfen. Hilf mir, 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 hilf mir. Oh, entschuldige. Ach, schau. Oh, die kamen von allen Seiten. Die Viecher. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall. Ich glaube, ich möchte ihn nicht wirklich doch runter. Das sind zu viele Viecher. Hier ist ein Eisen. Oh, der hat mich schon wieder getroffen. Ja, hier. Das Eisen. Das ist Abbahn. Ja. Gut. Du hast ein paar Pfeile. Und du auch. Da geht's auch unten. Ja. So, ich muss mich gerade erst mal heilen. Ja. Jo. Oh. Oh, wieso läufst du denn vor mich? Du neugierigst. Monster, du. Lassen wir das spinnen? Ähm. Mhm. Da ist ein Spawner. Komm mal mit. Bitte, bevor wir uns hier wieder verlieren. Und tun. Nein. Nein. Wo ist das? Brauchst du Hilfe? Was ist, glaube ich, hier freigebuddelt gerade? Was habe ich freigebuddelt? Huh. Hau ab. Millionkern? Brauchen wir Melonkern? Ich bin weit hier. Wo wissen die? Alter, Verwalter hier. Wir müssen hier raus. Ich habe kein Schwert mehr gleich. Soll ich einen geben? Hast du noch ein Schwert? Ich habe noch zwei. Okay. Können wir da nicht einfach zumachen? Ich will den ja kaputt kriegen. Ich will ja den jetzt vorne dran, weil da sind ja auch Truhen. Da unten sind Truhen? Ja, klar. Soll ich Licht anmachen? Das ist schön. Redstone-Brot habe ich. Ich muss was essen. Brauchen wir Redstone? Wenn du Platz hast, nimm mit. Und dann müssen wir die ganze Kohle hier abbauen. Brauchen wir diesen Sessel da? Diese Pupsessel? Pupsessel? Mhm. Nee. Also diese Reiter-Sessel brauchen wir nicht. Hm? Sattel. Ein Sattel. Nee, nee. Okay. Ähm, wo bist denn du? Ich bin jetzt nur hier oben wieder. Und hab kein Schwert mehr. Ja. Ja, dann komm runter. Alter, wo kommt diese scheiß Spinne her? Ich bin jetzt hier in der Ecke und boxe gegen die Spinne. Wo bist du? Komm runter. Locksch mal runter. Ja. Ich bin hier. So, dann, warte mal. Hast du? Ja. Hast du nicht eigentlich eine Werkbank mit? Nee. Aber wir haben da eine stehen, ne? Nee, das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Wir sind wieder auf Höhe 37, aber wir buddeln uns jetzt auch nach oben wieder. Ja. Soll man einen anderen Weg nehmen, nicht den ganzen Weg wieder hoch? Äh, ich denke, wir versuchen uns einfach hochzubuddeln. Klug mich in der Tische. Der ist ein Monster. Oh, der sieht aber lustig aus. Komm, der geht jetzt. Hier. Ich hab einen Eingang freigeduddelt. Oh, hier ist noch ein bisschen...